Der Hebel Ein neuer Rekord beim Gewichtheben! Du bist so stark! Die Handel ist so leicht, dass ich sie mit meinem Finger heben kann. Na toll! Aber kannst du auch deinen Nachtschrank hochheben? Ich weiß nicht. Hab's nie probiert. Dann versuch's mal! Haha! Keine Chance! Dabei bist du so viel größer als dieser Nachtschrank. Aber guck ich! Ich kann diesen großen und leichtes hochheben. Äh, und dabei bin ich so viel kleiner als dieser leichte... Also, wer ist jetzt stärker, du oder ich? Hm. Ich bin's jedenfalls nicht. Die Fixies mögen ja sehr klein sein. In Wahrheit sind sie doch viel stärker als Menschen. Doch, es stimmt. Hehe! Was? Ihr glaubt mir nicht? Gut, wer ist stärker? Ein Elefant oder eine Ameise? Glaubt ihr, es ist der Elefant? Na sicher! Er ist ja viel größer. Wusstet ihr aber, dass nur eine Ameise 50 Ameisen ihres eigenen Gewichtes heben könnte? Und ein Elefant? Der kann nicht mal einen heben. Hierdurch zeigt sich also, dass eine Ameise viel stärker ist als ein Elefant. Das gleiche gilt für Fixies. Sie sind extrem stark für ihre Größe. Fixies können Dinge heben, die 100 Mal schwerer sind als sie selbst. Außerdem können sie 50 Mal so hoch springen wie ihre eigene Größe. Wenn Menschen so stark wie Fixies wären, dann könnten sie ganz alleine Autos hochheben. Ja, Tom Thomas. Höchste Zeit fürs Krafttraining. Aber wie? Mit Handeltraining. Oder wenn du magst, nimm meine Langhantel. Nein, danke. Ich nehme die Handel meines Vaters. Die sind in seinem Büro, glaube ich. Oh, da ist eine. Und wo ist die andere? Ha, da bist du ja. Ich krieg dich da raus. Komm schon, komm schon. Ich helfe dir. Steck fest. Also gut. Aus dem Weg. Ich hol sie gleich raus. Boah. Boah, klebt die am Boden oder was? Hey, was soll denn all der Lärm? Hallo, Simka. Wir kriegen die Handel da einfach nicht raus. Na klar könnt ihr das nicht. Die Couch liegt ja oben drauf. Ach, deswegen geht's nicht. Ich dachte schon, ich hätte meine Kraft verloren. Gut, das bedeutet, dass wir die Couch hochheben müssen. Nie im Leben. Die ist viel zu schwer. Das schaffen wir. Tom Thomas, bring doch mal deinen Hockeyschläger her. Mhm. Mit einem Hockeyschläger kann man doch keine Couch hochheben. Das wirst du gleich sehen. Bitte. Hier ist er. Wie soll das gehen? Wir verwenden ihn als Hebel. Als Hebel? Aber klar. Ein Hebel funktioniert wie eine Wippe. Mit einem Brett, das auf einem Teil liegt, welcher ein Hebelpunkt ist. Bei einem Hebel ist jedoch eine Seite länger als die andere. Und das ist das Geheimnis seiner Stärke. Mit Hilfe eines Hebels kann man jedes Gewicht heben. Man muss nur den kurzen Arm des Hebels unter die Last stecken und den langen Arm runterdrücken. Und je länger dieser Arm ist, desto mehr Gewicht kann man heben. Und so kann ein Hebel Menschen stärker machen. Also, gibt's hier eine Hebelvorrichtung? Vielleicht diese Hantel. Ginge die als Hebelvorrichtung? Super Idee. Jetzt denkst du in die richtige Richtung. Bist du bereit? Auf geht's! Geh dich drauf, Tom Thomas. Yippie! Es funktioniert! Lieg! Ich bin so stark, seht ihr? Passt mal auf, ich verpasst Hantelstämme. Guck! Ich schaff das! Ich hab's dir gleich gesagt. Du hättest dir gleich meine Hantel nehmen sollen. Aber ich hab doch eben die Couch gehoben. Das war's nicht, du. Das war der Hebel. Hast du noch nie das Sprichwort gehört, Wissen ist Macht? Doch, hab ich. Obwohl, ein bisschen mehr Körperkraft würde dir auch gut tun. Also, nimm deinen Hebel, geh raus und spiel Hockey. Du weißt ja, dass Hockeyspieler sehr stark sind. Der Saugnapf. Der Saugnapf. Wo ist der Professor? Habt ihr ihn gesehen? Noch nicht? Seltsam. Er wollte doch heute einige Tests mit uns durchführen. Großfix, guck hier unter dem Glas. Da ist eine Notiz. Hm. Liebe Freunde. Dann ist sie ja für uns. Klar, denn Professor Eugenius kann immer auf uns bauen. Ich bin nämlich auf eine Konferenz gefahren. Was sollen wir denn tun? Wirft während meiner Abwesenheit bitte ein Auge auf meine Tests. Da wäre die Armbanduhr. Und wo ist sie? Na gleich hier. Schaut, warum ist die Uhr denn im Wasser? Damit die Fischer wissen, wie viel Uhr es ist, Nolik, sei nicht albern. Das ist der Test für die Armbanduhr. Siehst du? Da steht, wasserfest. Genau da auf der Rückseite. Das heißt, dass kein Wasser in sie rein kann. Ich verstehe. So prüft der Professor, ob sie auch unter Wasser funktioniert. Verstehst du? Ah, jawohl. Verstanden. Die Uhr funktioniert. Und jetzt der Türklingeltest. Wir schauen nach. Der ist davon. Was macht denn das Ding? Dieser Apparat testet die Haltbarkeit der Türklingel. Um die Qualität von Anwendungen, Spielzeugen, Sportgeräten und anderen Dingen zu untersuchen, müssen sie wichtigen Tests unterzogen werden. Nehmt zum Beispiel Handys. Die werden sowohl mit Hitze als auch mit Kälte getestet. Denn sie müssen an heißen Orten wie Afrika und an kalten Orten wie der Arktis funktionieren. An Computern werden Vibrations- und Erschütterungstests durchgeführt, damit sichergestellt wird, dass man sie auch außerhalb des Hauses und während der Fahrt benutzen kann. Verschiedene Produkte müssen unterschiedliche Haltbarkeitstests bestehen. Zum Beispiel werden Sportschuhe und Autoreifen zum wiederholten Male gerieben und gequatscht, um zu sehen, wie lange sie halten. Ja, Tests sind sehr wichtig. Ohne Tests könnte euch eine Maschine im ungünstigsten Moment im Stich lassen. Wenn einmal die Woche Gäste zu Besuch kämen und ein Raudi einmal im Monat käme und einen Klingelstreich machen würde, dann würde diese Türklingel etwa 400 Jahre halten. Das ist lang. Die Türklingel funktioniert noch. Das ist sehr gut. Jetzt, äh... Was? Ich weiß nicht. Da steht auch etwas auf der anderen Seite. Wir müssen... Ah! Das Glas hochheben! Hopp! 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 Ich kriege es nicht zu fassen! Wir benötigen einen... Saugnapf! Ein Saugnapf? Saugnapfe werden aus Gummi oder anderen elastischen Materialien hergestellt. Wenn ein Saugnapf gegen eine glatte Fläche gepresst wird, wird die in ihm enthaltene Luft verdrängt. Da die Außenluft wieder herein will, drückt sie den Napf herunter. Der Gummirand des Napfes lässt nicht so das Luft hinein gelangt, also übt die Außenluft stetig Druck aus. Dadurch bleibt der Saugnapf kleben. Dieser Vorgang wird möglich gemacht durch die Kraft der Luft. Warte eine Minute. Ich weiß, wo es einen großen Saugnapf gibt. Den nehmen wir. Das ist ein riesiger Saugnapf, Nolik! Tidisch, tidisch, tidisch! Wunderbar, Nolik! Wir müssen uns beeilen, bevor Luft unter den Saugnapf gerät und er sich dann löst! Mein Saugnapf löst sich niemals! Naja, lasst uns sehen, was hier steht! Simka, du solltest dich beeilen! Ich fällt auch sicher, dass im Labor nichts kaputt geht, während ich weg bin. Hm, was könnte denn hier schon kaputt gehen? Ach, die Glasplatte! Vorsicht! Tja, da haben wir den Salat! Und wer wird jetzt alle diese Scherben aufräumen? Ha, was meinst du wohl? Nolik! Der Saugnapf war ja wohl seine Idee! Nein, Simka, sie hat nur zu langsam gelesen! Hört mal, das ist alles meine Schuld! Weil der Saugnapf ja meine Idee war! Ich muss aufräumen! Jetzt komm schon, Großfix! Wir machen das schon sauber! Professor, der Saugnapf hat trotz allem in der Prima-Idee! Der Wecker! Ha, er hat wieder nicht geklingelt! Nolik, komm, wir reparieren den Wecker! Simka, wecke Tom Thomas! Tom Thomas, aufstehen! Tom Thomas! Hey, du kommst zu spät zur Schule! Tom Thomas, steh auf! Ah! Ah! Es ist wirklich toll hier! Und wo ist hier wohl die Batterie? Das ist ein alter mechanischer Wecker! Deswegen läuft er nicht mit Batterien! Er wird durch ein Federwerk aufgezogen! Wie funktioniert das? Also, die Feder wird einfach fest aufgezogen und windet sich dann langsam wieder zurück! Dadurch drehen sich die Zahnräder, welche dann die Uhrzeiger bewegen! Hä? 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 Tchuh! Äh! Was? Der Wecker ist kaputt! Schnell, beeil dich! Geh nicht waschen! Tom Thomas, stichst du gerade erst auf? Papa, der Wecker hat nicht geklingelt! Er ist kaputt! Das Problem ist, dass sich die Zahnräder nicht drehen, weil die Feder dazwischen klemmen! Nolli, komm, hilf mir! Äh! Papus! Was ist hier los? Es fühlt sich wie ein Erdbeemann! Hm, er ist wirklich kaputt! Höchste Zeit, diesen alten Schrott wegzuwerfen! Tom Thomas, ich muss zur Arbeit! Komm nicht zu spät zur Schule! Werd ich nicht! Wo sind wir? Im Abfalleimer! Und was wird mit uns passieren? Tja, weißt du, Nollik? Menschen schmeißen kaputte Sachen weg, ohne großartig darüber nachzudenken. Sogar Geräte, die repariert werden könnten, landen ständig im Abfall. Der Abfall wird dann an einen furchtbaren, tödlichen Ort gebracht. Und zwar zur Müllhalde. Falls sich in einem kaputten Gerät ein Fixie aufhalten sollte, dann wird dir einer großen Gefahr ins Auge blicken müssen. Mein Onkel steckte einmal in einem alten Fernseher und wurde auf die Müllhalde geworfen. Er konnte der Plamierraupe gerade noch entkommen. Und es war ein Wunder, dass er nicht in der Verbrennungsanlage landete. Daraufhin streifte er auf der riesigen Müllhalde umher und versuchte Dinge zu reparieren. Er wurde total verrückt. Zum Glück fand ihn die Fixie-Rettungstruppe und brachte ihn wieder nach Hause. Ich möchte dich nicht erschrecken, mein Junge, aber vielleicht landen wir auf der Müllhalde. Papus, ich hab Angst. Hä? Wo ist denn der Wecker hin? Vielleicht hat Papa ihn zur Reparatur gebracht. Aber Nolik und Papus sind da drin. Jetzt noch ein kleines Stückchen. Ich will nicht auf die Müllhalde. Keine Tränen. Es gibt nur einen Ausweg. Wir reparieren den Wecker und bringen ihn zum Klingeln. Aber wie? In dem Uhrwerk befindet sich außer der Hauptfeder noch eine zweite Feder. Diese wird durch eine Bremse reguliert und wartet. Wenn der kleine Zeiger den Zeitpunkt erreicht, an dem der Alarm ausgelöst werden soll, dann springt die Feder von der Bremse und die Zahnräder setzen sich in Bewegung. Dadurch schlägt ein kleiner Hammer schnell auf eine Glocke. Und so klingelt ein Wecker. Hm. Also blockiert diese Feder die Zahnräder und verhindert das Bimmeln durch den Hammer. Ganz genau. Ich werde das Zahnrad hin und her widmen und du ziehst sie. Und eins. Und zwei. Und drei. Tidisch. Simka, ich glaube, ich höre meinen Wecker klingeln. Lauf zum Geräusch. Schnell. Aha. Jemand hat den Alarm ausgeschaltet. Oh, und da ist doch wieder dieses Erdbeben. Nolik. Nolik. Ich bin hier. Wir haben den Wecker repariert. Was war denn kaputt gegangen? Eine Feder steckt er in den Zahnrädern. Und wie konnte eine Feder überhaupt in den Wecker kommen? Oh, das kam wohl, weil ich den Wecker unter mein Kissen gelegt habe, damit er mich nicht aufweckt. Ha, du meinst also, dass wir fast auf der Müllhalde gelandet wären, nur weil jemand morgens nicht gern aufsteht? Übrigens, wenn dieser Jemand sich nicht beeilt, dann kommt er zu spät in die Schule. Oh, du hast recht. Der Abfluss. Hey Nolik, komm, hilf mir. Der Lüfter im Computer muss abgestaubt werden. Geht gerade nicht. Dann Thomas und ich malen eine Karte zum Hochzeitstag seiner Eltern. Ach je, du Armer. Du arbeitest ja so schwer. Hi, Simka. Super, dass du da bist. Ich hab eine Frage. Hier, zwölfter Hochzeitstag. Wird das mit einem W oder mit einem V geschrieben? Ähm, weißt du was? Schreib erst die Nummer 12 hin, dann den Bindestrich und dann ein Ten. Oh, klaro. Ich hole erst mal frisches Wasser. Bin gleich zurück. Oh, Mama hat ihren Ring liegen lassen. Wow. Oh, nein. Ups. Nein. Oh nein. Was hab ich bloß getan? Ah, ich hab Papa und Mamas besonderen Tag ruiniert. Oh, im Badezimmer? Der Ring meiner Mama lag da und er ist mir ins Waschbecken gefallen und jetzt ist er weggespült. Oh, der Tag ist hin. Er ist überhaupt nicht weggespült. Weißt du denn gar nichts über Geruchsverschlüsse? Über was? Der Geruchsverschluss ist ein Rohr unter dem Waschbecken. Wasser fließt aus dem Wasserhahn nach unten in den Geruchsverschluss. Anschließend fließt es hinunter in die Kanalisation. Wenn du das Wasser aber abdrehst, wird nicht alles davon weggespült. Ein Teil davon bleibt unten im Geruchsverschluss. Er wird so gebaut, damit der Geruch aus der Kanalisation nicht zurück ins Haus kommt. Ein Ring ist schwerer als Wasser. Wenn er in den Abfluss kullert, wird er nicht weggespült. Er bleibt am Grunde des Geruchsverschlusses liegen. Und das heißt, dass wir noch eine Chance haben. Ja, aber wie kriegen wir ihn bloß aus diesem Verschluss? Wer weiß. Ich weiß nicht, wie man schwimmt. Keine Sorge, es ist alles unter Kontrolle. Hast du etwas Faden? Klar, eine Menge. Hol ihn her und ich bin ruckzuck wieder da. Hm, so kann ich's nicht reparieren. Nicht ohne meinen Schweißer. Papus, leiste mir bitte kurz einmal deinen Pakomat aus. Na, das ist ja ein Zufall. Ich brauche ihn jetzt auch. Mach sie ab, dann brauche ich deinen Pakomat. Was? Ich bring ihn gleich wieder. Hey, wo gehst du hin? Pass gut auf dich auf, Liebes. Wie der Name schon andeutet, leben Fixies, um Maschinen und Geräten zu helfen. Maschinen sind jedoch groß und Fixies sind klein. Also kommen sie ohne Werkzeuge nicht aus. Vor langer Zeit arbeiteten sie mit allem, was sie finden konnten. Mit kleinen Federn, Fäden, Nadeln. Aber heute haben sie Rucksäcke, Pakomaten genannt. Ein Pakomat beinhaltet viele Werkzeuge. Betätigt man den Knopf, dreht sich der Pakomat schnell herum und produziert einen Haken, einen Magneten oder einen Fallschirm. Jeder erwachsene Fixie besitzt einen Pakomat und ehe Kinder einen bekommen, müssen sie zur Schule gehen und viel lernen und eine harte Prüfung bestehen, um ein voll ausgebildeter Fixie zu werden. Und nur nach alledem erhalten junge Fixies ihren eigenen Pakomat. Und wie, du gehst nur mit dem Ding da runter? Nicht nur so. Ja, genau so. Sie meinte eben, wenn es am Faden rückt, dann musst du mich hochziehen. Verstanden. Er sagte gerade, verstanden. Sie sagt, ich muss mich wiederholen, was du gesagt hast. Sie sagt, ich muss mich wiederholen, was du gesagt hast. Zimka, Nolik, danke euch. Ihr habt die Lage wirklich gerettet. Dafür sind Fixies da. Ich habe gesagt, dafür sind Fixies da. Tom Thomas, mit wem sprichst du da? Oh, deine Mutter ist wiedergekommen. Mit niemand? Hey, verwandelt euch wieder in Fixies. Ich muss euch noch was fragen. Hab's vergessen. Schreibt man zwölfter Hochzeitstag mit einem W oder mit einem V? Schreibt nur die Zahlen. Na klar. Der Öko-Tester. Seht mal, Freunde, dies ist meine neue Erfindung. Ich kann's kaum erwarten, euch zu zeigen, was sie kann. Yeah! Was ist das? Ein Öko-Tester. Und wofür ist er? Dieses Gerät überprüft, ob Gemüse und Früchte überhaupt genießbar sind. Um Äpfel, Tomaten oder Melonen schneller und größer anbauen zu können, fügen Menschen chemischen Dünger der Erde hinzu. Es kann jedoch ein Problem entstehen, wenn zu viel chemischer Dünger benutzt wird. In diesem Falle können schädliche Chemikalien in die Früchte und in das Gemüse gelangen und das wäre eine Gefahr für die Menschen. Ein Öko-Tester ist ein spezieller Apparat, der anzeigt, wie viele dieser schädlichen Wirkstoffe sich bereits in der Nahrung befinden. Falls der Messwert so hoch ist, solltet ihr sie auf keinen Fall essen. Wie ihr seht, zeigt der Öko-Tester an, dass dieser Apfel gut ist. Schauen wir mal. Seht her, dieser ist auch gut. Äh, so ist doch nicht interessant. Alle diese Äpfel sind gut. Ich nehme mal diesen leckeren Apfel und vergifte ihn. Jetzt werden wir ihn mit einer Menge von schädlichen Nitraten injizieren. Wozu denn? Was meinst du, wozu denn? Um zu prüfen, ob der Öko-Tester funktioniert. Ah. Wow. Ah, seht ihr es? Der Öko-Tester zeigt klar an, dass dieser Apfel vergiftet und nicht essbar ist. Ist der denn nur für Äpfel geeignet, oder? Für jede Art von Frucht. Ich, ich hole meine Wassermelone. Ist es denn möglich, dass Wassermelonen auch die Torte haben? Natürlich ist das möglich. Menschen handeln oft ohne Rücksicht auf die Natur. Abfälle und Abgase von Fabriken, Städten, Flugzeugen und Autos fügen der Natur enorme Schäden zu. Tier- und Pflanzenarten sterben aus. Die Luft, das Wasser und die Erde werden verseucht. Und viele andere Arten von Umweltproblemen tauchen auf. Die Leute sollten keinesfalls glauben, dass ökologische Probleme nur Probleme der Natur sind. Denn wenn sie der Welt wehtun, dann schaden sie auch sich selber. Menschen atmen verpestete Luft ein. Sie trinken verschmutztes Wasser und essen Nahrung, die aus mit Chemikalien verseuchten Böden stammt. Wenn die Menschen keine verseuchte Milch trinken wollen und gerne gesundes Obst und Gemüse essen möchten, dann müssen sie damit anfangen, die Natur wie ihren Freund zu behandeln. Hey, lass uns diese Äpfel selbst austesten. Nolik, hilf mir mal. Oh, der ist weggerollt. Ach, egal. Der ist sowieso mit Nitraten vergiftet. Oh, Äpfel. Elisa, nicht essen! Elisa, Elisa, halt! Bitte setzen Sie sich. Wie? Haben Sie reingepissen? Ja, wieso? Oh nein, er ist vergiftet! Oh, was? Können Sie noch sprechen? Oh, ja. Fühlen Sie sich schwach? Ich werde ohnmächtig. Elisa, halten Sie durch. Was? In Ihrem Atel war überhaupt kein Gift. Oh, meine Assistentin, ich habe Sie vergiftet. Oh, Elisa, bitte! Im Atel war überhaupt kein Gift. Oh nein, er hört uns nicht. Was soll ich tun? Ich habe eine Idee. Hallo, das ist ein Notruf. Es handelt sich um Vergiftung. Nein, nicht ich. Ich habe jemanden vergiftet. Mit einem Apfel. Feuer! Ich meine Gift. Oh! Professor, dieser Apfel ist nicht vergiftet. Das Schlechte ist auf dem Boden gerollt. Oh, ist das dein Ernst? Das sind ja fantastische Neuigkeiten. Elisa, können Sie mich sehen? Ich kann gar nichts sehen. Besser so. Oh, ich sehe sie. Ich sehe sie. Ich kann wieder sehen. Ich habe tolle Nachrichten. Der Apfel ist gar nicht vergiftet. Sind Sie sicher? Er ist vollkommen rein. Schauen Sie nur. Der Ökotester zeigt an, dass in ihm keine schädlichen Chemikalien sind. Ich bin so erleichtert. Dieser Apfel ist ausgezeichnet und nahhaft. Oh, ihr Gerät ist einfach fantastisch. Gleich sagen Sie, Sie sind ein Genie. Professor, Sie sind ein Genie. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Oh, nicht der Rede wert. Eigentlich war es Nolik. Er war der Retter. Ich was? Die Wassermelone fallen zu lassen war deine Idee, oder? Ah, du hast recht. Ich habe sie gerettet. Die Schrauben Juhu, Tom Thomas, woran denkst du gerade? Hä? Ich muss einen Aufsatz schreiben. Mein bester Freund. Und ich weiß nicht, über wen ich schreiben soll. Was meinst du, über wen? Bin ich nicht dein bester Freund? Natürlich. Wie konnte ich vergessen, von dir zu schreiben? Und das kannst du vergessen. Das ist doch unser Geheimnis. Du hast doch versprochen, nichts über uns zu erzählen. Klar, ich erinnere mich. Was ist heute mit Kaubacke los? Kaubacke! Was zum Kuckuck hast du denn gegen diese Schrauben? Was ist los mit dir? Lass sie in Ruhe. Hör jetzt auf damit. Sonst geht mein Flugzeug kaputt. Lass uns schnell hier weg. Au! Was ist hier los? Was ist hier los? Hey, verwandelt euch wieder zurück. Sonst lasse ich euch nicht gehen. Oh, bitte. Habt keine Angst. Ich werde euch beiden doch nichts tun. Ich werde euch nur eine Frage stellen. Und dann lasse ich euch frei. Lolic, tu es nicht. Mach dir keine Sorgen. Was glotzt du so? Stell dir eine Frage. Wahnsinn. Ihr könnt sprechen. Wer, wer, wer seid ihr denn? Fixies. Das war's. Wir haben geantwortet. Jetzt lass uns raus. Äh, wartet. Aber was heißt das, ihr seid Fixies? Na, das wäre ja wohl schon Frage Nummer zwei. Du hast versprochen, uns freizulassen, oder? Tut mir leid. Ihr könnt jetzt gehen. Simka, es ist okay. Seine Augen sagen mir, dass wir ihn vertranken. Äh, na gut. Wir sagen's ihm. Und du musst schwören, dass du's niemandem erzählst. Ich schwöre es. Fixies. Wir sind die kleinen Leute, die in Maschinen und Geräten wohnen und sich um sie kümmern. Wir reparieren sie, säubern sie und ölen sie. Menschen wissen nichts von uns. Sie glauben, dass, wenn ein Gerät nicht mehr geht und dann plötzlich wieder funktioniert, es ganz von allein geschehen ist. In Wahrheit passiert nichts von allein. Es geschieht, weil wir Fixies drinnen leben. Ja, ohne uns Fixies hätten die Menschen so viel mehr Probleme mit ihren Maschinen. Fantastisch. Sagt mal, wie heißt ihr denn? Das wäre dann schon Frage Nummer drei. Mein Name ist Nolik und sie heißt Simka. Und mein Name ist Tom Thomas. Werdet ihr wiederkommen? Oh Mann. Ich war so nah dran, der einzige Junge der Welt zu sein, der mit den Fixies befreundet wäre. Und ich dachte schon, ihr würdet nie wiederkommen. Eigentlich hatten wir das auch nicht vor. Aber dann wollten wir die einzigen Fixies auf der Welt sein, die mit den einzigen Jungen befreundet sind, der ein Freund der Fixies ist. Und der niemandem von uns erzählt hat. Die Fixies tun ihr allerbestes, um sich vor Menschen zu verstecken. Sie haben Angst davor, dass, wenn Menschen Fixies entdecken würden, man sie jagen und wie Haustiere in Käfige einsperren würde. Und noch schlimmer wäre es, wenn man sie in wissenschaftliche Laboratorien bringen würde und anfangen würde, sie zu untersuchen. Und zwar unter Mikroskopen oder um wissenschaftliche Experimente an ihnen durchzuführen. Angenommen, die Menschen dächten, dass wir all ihre Arbeit für sie erledigen würden und somit entschieden hätten, dass sie sich nicht mehr um ihre Geräte kümmern müssen. Nun denn, lasst mich euch eines sagen. Falls sich Menschen dafür entscheiden sollten, ihre eigenen Geräte zu vernachlässigen, dann könnten nicht einmal die Fixies etwas tun, um die Geräte vom Kaputtgehen zu retten. Deswegen ist es sehr weise von den Fixies, sich vor den Menschen zu verstecken. Na gut, dann schreibe ich über jemand anderen. Ich habe den allerbesten Freund auf der Welt. Punkt. Wenn etwas kaputt geht, macht er es heil. Und sein Name lautet No... Sein Name lautet Nolan. SMS Hey! Die Luft ist rein! Oh, sieh mal hier! Ein Handy! Vielleicht hat Tomtom es ein neues bekommen. Oh, wow! Nolik, halt! Wie toll! Oh! Komm zurück! Hurra! Tomtom es, hilf uns! Bitte! Wir versuchen, dein Handy zu retten! Das ist nicht meins. Oh! Kathi hat es hier vergessen! Kathi! 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 Ich bin's, dein Kumpel Nolik! Ich bin's, dein Kumpel Nolik! Hey, du! Hilf mir! Braubacke, hör auf! Hör auf. Das reicht jetzt mit den Bällen. Raus jetzt mit dir. Sofort. Geschafft. So, jetzt ist es abgeschaltet. Hä? Was soll das? Eben ging das Handy doch noch. Oh, dann hast du es wohl kaputt gemacht. Wie? Habe ich nicht. Hast du wohl. Na ja, Thomas, jetzt musst du es wohl Kati so zurückgeben. Wie kann denn das sein? Das ist passiert, weil du die Nachrichten von anderen gelesen hast. Das war nur eine SMS. Eine SMS ist nichts anderes als ein Brief. Sie ist bloß kürzer. Leute senden SMS mit ihren Handys. Und deswegen ist es gemein, jemanden ins Handy zu schauen und dessen SMS zu lesen. Das ist wie, als wenn man Briefe von jemandem lesen würde. Und deswegen haben wir Fixies immer unsere Kopfhörer auf, wenn wir in einem Handy arbeiten, falls jemand anruft. Auf diese Weise hören wir nicht die privaten Gespräche anderer Leute. So etwas gehört sich einfach nicht. Ich verspreche es. Ich werde nie mehr Nachrichten anderer lesen. Aber davon wird das Handy auch nicht wieder heil. Und jetzt? Sagen wir Ihnen die Wahrheit? Keine Sorge, Tom Thomas. Denn wir haben es ausgemacht. Und jetzt werden wir es einschalten. Siehst du? Die Kontakte berühren sich nicht. Wir schreiben einfach eine Nachricht an die Fixies bei Kati. Die können es sicher reparieren. In jedem Zuhause leben Fixies. Und sie haben immer sehr viel Arbeit zu erledigen. Erst spinnt das Fernsehgerät. Dann geht die Türklingel kaputt. Die Waschmaschine gibt ihren Geist auf. Oder das Telefon will nicht klingeln. Und außer all dem müssen Dinge aufgeräumt und geölt werden. So wie zum Beispiel die Küchengeräte oder Kinderspielzeug. Und solche Sachen. Moderne Haushalte sind voll von allerlei Apparaten. Und deswegen müssen Fixies Tag ein und Tag aus arbeiten. Leider kann die viele Arbeit die Fixies oft sehr in Anspruch nehmen. Und so vergessen sie ihre Fixie-Verwandten und ihre Freunde, die in den Nachbarshäusern und Wohnungen leben. Und das gehört sich nicht. Genau wie Menschen müssen Fixies sich gegenseitig öfter besuchen gehen, sich Briefe schreiben oder sich wenigstens Grüße senden. Das wär's. Es funktioniert wieder. Ihr seid die Besten. Jetzt kann ich Kathi anrufen und ihr sagen, dass ihr Handy hier ist. Thomas, rufst du an? Ja. Und wen denn? Kathi? Und wo ist ihr Handy? Oh. Tom Thomas, gut gefangen. Wow, du bist schnell. Wie ein... Wie ein Fixie. Der Entlüftungsschacht. Tom Thomas. Tom Thomas. Ja. Simka, Spule, schaut doch mal. Er ist schön, oder? Oh, wundervoll. Das ist nichts weiter als Modeschmuck. Das ist Schnickschnack. Nutzlos? Schaut doch, wie gut ihr zum meiner Spangel passt. Nützliche Sachen sind solche, die man auch wirklich braucht. Wie zum Beispiel diese Strickleiter, die ich hier hab. Sie ist wundervoll. Und wo wollt ihr mit diesem Ding hinklettern? Aber dieser Spiegel hier ist beides. Hübsch und nützlich. Ah, wie wundervoll. Spule, für dich ist ja alles wundervoll. Aber hier ist etwas mega Wundervolles, das ihr bestimmt nicht habt. Oh. Was ist denn das? Eine mechanische Superkralle. Der ist bestimmt perfekt fürs Rückenkratzen. Guck mal, was ich hab. Ein tolles Foto von Vektor. Und er hat sogar für mich signiert. Ist das wirklich Vektor? Du hast ein Foto des mutigsten Fixies, der je auf unserem Planeten gelebt hat? Ja, und er ist auch der Hübscheste. Ist er das wirklich? Niemals. Lass mich nochmal sehen. Du zerknitterst es. Man hat dich reingelegt. Nö. Doch. Neide. Geht her. Ah, mein Foto. Oh nein. Was war das? Äh, der Wind. Das ist alles deine Schuld. Das ist nicht meine Schuld, es ist deine, weil du so angeben musstest. Bitte Mädels, nicht schreiten. Lass es uns finden. Es ist so furchtbar, ein Foto zu verlieren. Signiert vom berühmtesten Fixie überhaupt. Furchtbar wäre es, wenn das Foto eines Fixies von Menschen gefunden würde. Also, wo könnte es sein? Ah! Ich weiß, wie wir es finden können. Ja, genau. Wir machen eine Blase und schauen dann, in welche Richtung sie schwebt. Wir folgen ihr und so finden wir das Foto. Wisst ihr, warum ihr aus seifigem Wasser Seifenblasen pusten könnt? Auf der Oberfläche einer jeden Flüssigkeit liegt ein unsichtbarer Film, der sehr dünn, aber sehr elastisch ist. Wenn ihr es selbst sehen wollt, dann füllt ein Glas ganz voll mit Wasser bis an den Rand. Nehmt jetzt eine Münze und lasst sie vorsichtig seitwärts hineinfallen. Dann nehmt noch eine Münze und noch eine und noch eine. Ihr werdet sehen, dass das Wasser nicht überschwappt, sondern dass oben ein Hügel entsteht. Das ist, weil das Wasser oben zusammenklebt. Warum? Wegen einer Kraft, die man Oberflächenspannung nennt. Und dank dieser Kraft kann Wasser Tropfen formen. So entstehen auch Seifenblasen. Wenn wir nämlich Seife ins Wasser geben, dann wird der Film noch elastischer. Jedoch nicht so elastisch, dass die Blasen nicht zerplatzen. Okay, alles klar. Jetzt nur noch pusten. Kommt, alle zusammen. Und? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Schaut, sie fliegt. Wunderbar. Die Entlüftung. Oh klar, warum habe ich nicht gleich daran gedacht? Habt ihr je Löcher im Badezimmer oder in der Küche gesehen, die vergittert waren? Das sind Entlüftungsschächte. Und hinter ihnen befindet sich ein langes Rohr, welches Luftkanal genannt wird. Durch den sogenannten Luftkanal werden unangenehme Gerüche und auch luftige Luft nach draußen befördert. Und wenn ihr die alte, schlechte Luft noch schneller aus dem Haus befördern wollt, dann öffnet das Fenster und lasst etwas frische Luft von draußen hinein. Die Luft in eurem Zuhause sollte immer frisch sein. Hey, schaut mal her. Da drüben steckt es. Schnappst ihr, bevor es wegfliegt. Wie kommen wir ran? Was für eine Frage. Weißt du denn nicht mehr, was ich habe? Jenny! Danke, Simka. Was hätten wir nur ohne deine mechanische Kralle getan? Und ohne deine fantastische Leiter. Hier, für dich. Ein Geschenk von mir. Danke. Wie toll. Und dir will ich das geben. Toll. Einfach wundervoll. Simka, bist du hier? Ha, was hast du denn da, Simka? Einen kleinen Spiegel. Er ist wundervoll, oder? Ach, ihr Mädchen. Ihr seid alle gleich. Reibung. Oh, Tom Thomas. Deine Tür quiebt ja fürchterlich. Ja, und sie lässt sich auch so schwer öffnen. Oh, das liegt daran, dass deine Türangeln scheuern. Deswegen geht deine Tür nicht richtig auf. Kann man's reparieren? Verringere einfach die Reibung. Wie? Schmiere die Tür, Scharniere. Ich kann's für dich machen, weil ich einen Pakumat habe. Okay. Simka, darf ich helfen? Aber klar. Zieh den Pakumat an, okay? Reibung ist die Kraft, die zwischen zwei sich berührenden Körpern wirbt, wenn sie sich gegeneinander bewegen. Reibung kann Dinge schnell abnutzen, wenn viel Reibung besteht. Will man weniger Reibung, muss man etwas zwischen die Teile tun, die gegeneinander reiben. Zum Beispiel Öl. Es gibt verschiedene Schmiermittel, die Uhren und Räder reibungslos halten. Und wusstet ihr, dass für Schia ein Spezialwachs eingesetzt wird, um sie noch schneller zu machen? Das wär's. Jetzt die obere Angel. Alles fertig. Komm, probier mal, wie die Tür funktioniert. Sie quietscht nicht mehr. Sag ich doch. Ihr seid echt die Besten. Ich muss gehen. Wohin? Ich geh Schlitten fahren. Ach, nehm mich doch bitte mit. Geht nicht, Nullik. Du hast keinen eigenen Schlitten. Wir sehen uns später. Hey Simka, soll ich den Teller einölen? Wozu denn? Er wird den Hang auch ohne Einölen runterrutschen. Ah, in Ordnung. Ähm, warte hier auf mich, Nullik. Ich bin gleich zurück mit einer Überraschung für dich. Ja, Öl ist rutschig. Ich hab da eine gute Idee. Hm. Wow, absolut reibungslos. Hey, ist da wer? Hilfe, Hilfe, Simka! Nullik? Alles in Ordnung? Bleib bitte, wo du bist. Ich bin gleich da. Oh. 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 Papus. Papus. Hilf uns, bitte. Wer braucht Hilfe? Bin schon unterwegs. Oh. Hey, was treibt ihr denn da? Prost, Fix. Komm bloß nicht näher. Du rutschst aus. Hä? Was sagst du da? Bleib, wo du bist. Oh. 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 Was ist hier passiert? Ich hab etwas Öl auf den Tisch gekippt. Aber wieso denn? Um Reibung zu verringern. Super Idee. Keiner bewegt sich. Ich weiß genau, was zu tun ist. Was hattet ihr denn für ein Problem mit der Reibung? Ich will, dass dieses ganze Öl in fünf Minuten verschwindet. Hm. Ingenieure kämpfen täglich gegen die Reibkraft. Ihr Ziel ist weniger Reibung, damit Autos schneller fahren können und deren Teile nicht so schnell abgenutzt werden. Aber stellt euch vor, wie die Welt aussehen würde, wenn es plötzlich keine Reibkraft mehr gäbe. Tja. Alles würde uns aus den Händen rutschen und vom Tisch fallen. Knoten würden sich entknoten. Und das ist noch nicht alles. Auch Autos könnten ohne Reibung nicht fahren. Reifen würden durchdrehen und unfähig sein, auf der Straße haften zu können. Wir würden nicht einmal gehen können. Denn wenn wir laufen, bewegen wir uns, indem wir uns vom Boden abdrücken. Doch wie würden wir es ohne Reibkraft machen? Es ginge nicht. Ihr könnt also sehen, dass ein wenig Reibung in unserem Leben keine schlechte Idee ist. Puh. Alles sauber. Aber es steckt immer noch. Nolik, das hätte ich ja fast vergessen. Ich hab dir ein Geschenk versprochen. Guck. Was ist es? Ich hab dir einen Tellerschlitten gemacht, nur für dich. Oh, wie toll. Nur, was schnittst du das Schlitten ohne Schnee? Nolik, hey. Guck mal, was ich für dich habe. Schnee? Ja. Ist das echter Schnee? Hä? Ja, jetzt hast du einen ganz eigenen Berg zum Rodeln. Es ist Spitzsee. So eine tolle Überraschung. Jetzt kannst du auch ohne Öl runterrutschen. Hint. Jihau. Die sprechende Puppe. Nun denn, jetzt wisst ihr ja, wie man sie repariert. Professor. Professor. Der Unterricht ist vorbei. Entschuldigt die Störung. Kein Problem, Professor Eugenius. Die Stunde ist vorbei. Es ist äußerst dringend. Sehen Sie? Mama, ohne zu. Ach, Sie haben eine sprechende Puppe. Ja, aber sie spricht Japanisch. Das Problem ist aber, dass sie Deutsch sprechen soll. Wie bringt's ihr bei? Eine neue Technologie. Ich bin überfragt. Ich bin überfragt. Keine Sorge. Das schaffen wir schon, Professor. Danke, Herr Kollege. Sie sind immer gleich zur Stelle. Was täte ich nur ohne Sie? Professor. Was ist denn mit der Puppe? Nicht jetzt, Kinder. Die Puppe ist unser morgiges Thema. Geht jetzt bitte nach Hause. Ich weiß sowieso schon alles über die Puppe. Im Ernst? Ihre Stimme zu verändern ist so leicht. Das kann jeder. Aber wie? Kommt mit. Ich zeig's euch. Die ersten sprechenden Puppen hatten ein quietschendes Gerät, das Geräusche machte. Wenn man die Puppe umdrehte, dann presste sich die Luft im Gerät durch einen Quietscher und der produzierte dann ein Geräusch, das so ähnlich klang wie das Wort Mama. Komisch. Heutzutage werden Stimmen und Geräusche auf Elektrochips aufgenommen, die mit kleinen Abspielgeräten in die Puppe eingebaut werden. Man drückt einen Knopf und die Geräusche werden gespielt. Jetzt können Puppen mit Leichtigkeit Mama und Papa und alles Mögliche sagen. Hier ist der Chip. Auf ihm ist die aufgenommene Stimme der Puppe. Das ist stark. Kann man die Stimme denn neu aufnehmen? Na klar. Also gut, ich muss gehen. Bis dann. Warte, Nolik. Ich hab ne superwitzige Idee für einen Scherz. Was, wenn wir das auf dem Arten hören, dann stehen wir... Aha. Also nun, wie gestern versprochen, erzähle ich euch heute von sprechenden Puppen. Einige sprechen, wenn man sie schaukelt. Andere reagieren auf Geräusche. Und um diese Dame zum Sprechen zu bringen, muss man einen Knopf betätigen. Wer möchte gerne... Spule. Ich? Äh, na gut, ich mach's gern. Also los. Drück auf den Knopf, dann sagt sie Hallo, Mama. Momentan auf Japanisch. Spule. Spule. Spule, warum ist in deinem Parkkommat ein Foto von Ziffer versteckt? Woher kann sie das bloß wissen? Bist du etwa verliebt? Bist du etwa verliebt? Die Puppe lebt! Nichts. Doch, sie lebt. Ich sag's dir, wer diesen Scherz gemacht hat. Das waren Feuer und Nulling. Das waren Feuer und Nulling. Zu haben mit dem Kopf. Ziffer zieht es vor, Probleme mit seinem Gehirn zu lösen, anstatt mit Muskelkraft. Deswegen tut er sich schwer beim Sportunterricht. Weil er aber so süß ist, muss man ihm einfach helfen. Eigentlich ist Ziffer nicht immer so gut bei der Handreparatur. Aber niemand versteht Technik besser als er. Wenn etwas kaputt geht, dann kann er immer genau herausfinden, was das Problem ist und einen Weg finden, um es auf die beste Art zu lösen. Dieses Mal machen wir es noch lustiger. Aha. Oh, ihr seid wieder da, ihr Gaune. Jetzt werde ich euch zeigen, was man mit bösen Jungs macht, die kleine Mädchen-Elbe. Oh, jetzt habt ihr Angst. Das geschieht euch recht, ja? Die haben wohl gedacht, dass die Puppe wirklich lebt. Weißt du was, Ziffer? Ich dachte mir eben, dass es besser wäre, wenn sie lebendig wäre. Oh, Spule, du stellst echt Ansprüche. Hahaha. Hahaha. Hahaha.